Also Kastotal ist für mich nicht nur Party, sondern auch sehr wichtig für die Geschäfte, für jedes einzelne Geschäft. Es ist wichtig, dass viele Leute kommen, dass alle Leute Spaß haben, dass wir nett sind zu den Leuten, die Leute auch nett sind zu uns. Und es ist wichtig für uns, einen verkaufsoffenen Sonntag zu haben, weil es gehört dazu. Kastotal ist nicht nur Party, sondern auch Geschäft. Untertitelung des ZDF, 2020